Hallo, ich bin Miriam Pielhau und ich freue mich, die 60-Sekunden-Fragen-Challenge jetzt mitzumachen. Was haben wir denn hier? Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenuntergang. Welche Superkraft würden Sie gern besitzen? Zaubern können. Welches Buch haben Sie als letztes gelesen? Panikherz von Benjamin von Stuckrad-Barre. Was wollten Sie als Kind werden? Ärztin, Architektin, Schauspielerin oder Journalistin? Was ist Ihr Nummer 1 Tipp fürs Buchschreiben? Geduld mit sich selbst. Welches Buch sollte jeder gelesen haben? Ich sag die Bibel. Ihr Lieblingsfilm, Ihre Lieblingsserie. Oh, mit Serien habe ich es nicht so. Mein Lieblingsfilm, immer zu Weihnachten, Love Actually, tatsächlich Liebe. Ich bin eine kitschige Romantikerin. Die erste Zeile eines Gedichts, das Ihnen spontan einfällt. Ich habe dich so lieb, ich könnte dir ohne Bedenken eine Kachel aus meinem Ofen schenken.